Ich bin Frau Seitz. Ich bin Frau Seitz. Ich verkaufe Brot und Brötchen. Guten Morgen, Frau Seitz. Guten Morgen, Herr Faber. Was möchten Sie bitte? Ich möchte ein Brot und fünf Brötchen. Bitte sehr, Frau Seitz. Ein Brot und fünf Brötchen. Wie viel macht das? Das macht ein Euro dreißig. Danke. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Frau Seitz. Frau Seitz geht nach Hause. Ich bin Frau Seitz. Ich bin Frau Seitz. Ich bin Frau Seitz. Ich bin Frau Seitz. Untertitelung des ZDF, 2020